Ja, das ist jetzt nicht so toll gewesen. So, ich stürme mich an. Oh, das war zu schnell. Ich stürme mich gefälligst langsamer an. Und was kriegen wir hier Schönes? Jo. Hey, ein Extraläden war das, ne? Joa, okay. Wir müssen ja noch die 8000 Gold vollbekommen und so. Da war ja was, ne? Oh, oh. So. Oh. Ach schon. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Lebenspunkte. Ich brauche Hühnchen. Wir haben immer noch keinen einzigen Übergang gefunden. Ah, da unten ist wieder einer. Den wecke ich aber nicht auf. Den lasse ich schön einfach dastehen. Oh. Oh, nicht an. Stöber. So. Gib mir Hühnchen. Das ist kein Hühnchen. Hä? Oh. Einfach mal eben runtergefallen. Ah, sehr schön. Hühnchen, Kisten. Alles gut. Bling, 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 Bling. okay so bei bei du war es okay hier war ein haken hier will ich nicht lange wollten eigentlich hier gucken was da auf uns wartet gegner zu sehen 12 und 9000 markt geknackt und wir haben noch das extra leben ja doch schlägt sich gut schlägt sich gut du stimmst gleich okay ist ein stachel vorbei dann hätte ich gerne den nächsten übergang entweder im wald oder im turm was ist mir ziemlich egal hauptsache hühnchen was haben wir hier nichts das ist ein sehr komischer raum gewesen nö dich hole ich mir garantiert nicht du bist ein doofes schwert das viel zu wenig schaden macht für das was es tut also wenn es wenigen richtig umfett hätte dann könnte ich das ding ja nachvollziehen aber so so übergang zum turm hündchen hopp 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 hunde ich mag keine hunde und das da oben ist bestimmt irgendwas äh komm so stirb ich glaube er ist tot oh so jetzt wieder hoch na gut da muss man einfach nur geduld beweisen ist ok geduld ich bin jetzt wieder hoch so gib mir Hühnchen vom wow gib mir Hühnchen vom Bosskampfbaum wollte ich eigentlich sagen aber wow ich glaube das wird nichts ist da oben überhaupt irgendwas also außer unser Tod anscheinend oh so gut dass die Gegner einen cooldown haben was ihre Fähigkeiten angeht also dass man wirklich sagen kann wenn er jetzt geworfen hat dann habe ich so und so viele Sekunden Ruhe sonst hätten wir echt ein Problem und da ist ein Hund ich mag keine Wölfe wow wow oh na komm na ja ein Treffer dürfen wir noch aushalten komm her also also plus Regen äh kein Schaden nehmen da müssten wir als Drache als Drache hochfliegen wir sind aber kein Drache äh nein tut mir leid Jungs aber nö 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 das sieht schon eher machbar aus auch wenn der Skelett Schütze da oben echt nervig werden könnte also bring ihn mal auf Mist das hätte nicht sein müssen der Treffer gerade bei dem Eisschädelding öff das sah lustig aus oh so 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 mach schon Hühnchen 11.000 Gold zing 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 komm er wird so wo ist der wow ok Ring ey äh nein auch da kriegen sie ja richtig Lebenspunkte wieder wenn wir das machen ich glaub das wär so ein ein Trefferpunkt wiederbeleben Zauber oder sowas aber nö hat's in sich ok oh so weg hier wir müssen das Leben nutzen was wir haben oder so ähnlich Karpel Plünder zack zack komm schon Boss warum versteckst du dich weg 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 ah sehr schön Hühnchen Kisten was haben wir hier ein Skysword mal gucken ob es noch mehr Schaden macht von Sechzehntausendfünfhundert. Das ist sehr geil. Wow. Okay. Au, Hühnchen. Ah, schade. Wäre ein schöner Abschluss gewesen. Aber, eine Reihe voll. Fast zwei Reihen voll. Kann man absolut nicht meckern. So, Paladin, Archmage, Paladin. Zwei linke Hände. Nö. Und ein Zwergenpaladin. Ein Drache, ein Hokage. Äh, der aber leicht weggeschubst wird. Und ein Spellsword, der Angst für Hühnchen hat. Aber er hat einen sehr coolen Zauber. Ich glaube... Was mit dem Wegschubsen? Es ist nervig. Aber werden wir überhaupt... Erst getroffen? Ja, doch ab und an schon. Äh, äh... Äh... Runen ändern müssen wir auch nicht. Ist alles gut. Das heißt, wir erhöhen jetzt... Was? Der Hokage wird so schon recht viel One hitten können. Oder Two hitten. Also weiter einfach... Angriffskraft hoch prügeln. Das kostet jetzt schon fast 5000. Und bringt nur zwei. Das sind 0,5%. Nicht mal. Aber... Ich glaube, wir sollten eher auf die anderen Sachen gehen. So, weil wir das die Hühnchen mehr bringen. Und die 0,1 Sekunden klingen jetzt auch nicht mehr so schlecht. Äh... Ne, Lebenspunkte sind wichtigsten. So... 646. Ist okay. Also 369. Auch eine schöne Zahl. Griffnorn! Ich mag die Details von dem Spiel so sehr. Lauter Kleinigkeiten überall. Die fast nichts zum Gameplay verändern oder so, aber die bereichern das doch schon. So, Griffnorn! Oh! Das sind ganz schön viele von euch. Oh, okay. Erstmal Atempause. Kaputt. So. Du bist tot. Oh. So. Du da unten musst auch gleich sterben. Du machst viel zu viel Lärm. Das legt nicht ab. Ich mag keinen Lärm. Oh. So. Apotsch. Oh. Und Lebenspunkte. Kostenlos gar. Schön. Oh. Fasten. Das ist geil. Okay. So. Zing. Oh. Oh. Das meine ich mit dem Fliegen. Aber ja. Hier war irgendwo noch was typbares. Ich mag typbare Sachen. Oh. Eisstaffeln mag ich nicht so sehr. Zing. Oh. Kaputt. Kaputt. Du mal noch. Du bist so. Hau drauf. Au. Achso. Ich hab die Füße berührt. Niemals Füße berühren. So. Oh. Unten schießt noch was. Aber das können wir auch später töten. Ähm. Kein. Guardian Cape. Guardian Cape. Die Guardian Ausrüstung weiß ich immer noch nicht. Weniger Lebenspunkte. Dafür. Oh. Oh. Dafür mehr Rüstung. Wenn wir später wirklich. Lebenspunkte auf dem Max haben. Also 75 oder was das ist. Stufen die man drauf aufsteigen kann. Dann vielleicht. Aber jetzt so. Momentan sind Lebenspunkte echt zu. Ne. Weg hier. Oh. Warte mal. Könnten einfach so machen. Nein. Nicht wechseln dann. Komm schon. Mein Plan geht nicht auf. Okay. Sollte man nicht forcieren dann. Mein Plan war halt. Genau da oben. Wo die immer hin und her laufen. Die Schackramms lang zu werfen. Oh. Damit die so zwei, dreimal getroffen werden. Pro Ding. Aber. Klappt halt nicht. Oh. Nicht hingucken. Okay. Sing. Balance Rune für Escape. Balance heißt. Lebenspunkte und Mana. Was ja nicht ganz so tolles wie Lebenspunkte. Ah. Du was. Ich hasste dich. Du was. So. Jetzt schneidet der Paladin schon besser ab als der Hokage. Das ist nicht so gut. Aber es war abzusehen. Weil der Paladin macht jetzt fast so viel Schaden wie er hier. Dafür hat er doppelt so viele Lebenspunkte. Was ja doch ein enormer Vorteil ist. So. Maja. Das war's. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass wir ein, zwei einfache Rollen bekommen und dann ist gut. Könnt ich hin? Nein. Wow. So. Eismagier. Komm her. Kaputt. So. Ein Feuerspucker. Quatsch. Das war's. Okay. Irgendwie hätte ich mehr erwartet. Wie in dem Raum hier zum Beispiel. So. Da sind mehrere Doom-Wassers. Hast du böse? Und die sind böse. So. Äh. Zehn. Da gab's. Da gab's. Das ist das, was ich nicht kann. Hm. Hey. Oder ich kann's doch. Ich wusste es noch nie. Nein. Ich kann's nicht. Ist. Auf dem Jammer kann ich das irgendwie besser. Oh. Versagt. Ja. Viel Glück mit dem Rest des Schlosses. Wollte er wohl sagen. Hey. Das ging jedes Mal sogar richtig gut mit dem Doom-Wassers. Was ist das? Gold. So. Ah. Da ist bestimmt oben gleich noch einer. Du? Nein. Aber einer von euch. Nö. Okay. Au. Sehr schön. Zing. 6800 Gold. 8500 Gold. Hund. One-Hit-Hund. Sehr gut. Ah. Truhe. Muss mir echt angewühlen, dass wenn wir hier sind, ich auch bei Truhen genauso paramet werde wie bei Bildern. Ich will ein Hund. Das könnte mein Ende sein. Deswegen verzwiesel ich mich lieber mal. Yeah. Ja. Nee. Nee. Du lass mal. Au. 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 11.000 Gold. Du wirst echt. Okay. Was mir gerade auffällt, ich habe die Truhe gar nicht gecheckt. Aber auf der Minimap wurde ja auch Truhe angezeigt. So kann ich das nachträglich schon irgendwie rechtfertigen. Wo wollen wir hin? Wir wollen uns teleportieren, weil das schneller geht und dadurch sicherer ist. Hier hin. Dann wollen wir ganz kurz oben rechts in den Raum reingucken. Und danach suchen wir die anderen Übergänge. Ähm. Nice. Au. Das sind ganz schön viele Geschosse. So. Nö, lass mal. Erstmal nicht. Ah. Breitseite. Und zack. Na gut. Da war's. Da war der Paladin irgendwie besser. Aber ja. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und es macht wieder Spaß. Am Anfang dieses New Games Plus war das echt zäh. Aber jetzt sind wir echt gut dabei. Mal gucken wie lange es dauert bis wir die Bosse so nach und nach geknackt bekommen. Also es wird ja wahrscheinlich exponentiell länger dauern als beim ersten Mal. Obwohl der erste Boss ja echt locker flockig von dannen ging. Ja. Müssen wir mal gucken. Beim nächsten Leben. Also bis gleich. Not. Toll live. Vielen Dank.